Ab dem 1. Oktober 2019 ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in Essen. Das Objekt wurde 1952 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 430 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Die Etagenwohnung des ZDF für funk, 2017